Atemübungen, Stimmtraining, Körperwahrnehmung, Meditation und Achtsamkeitstraining Deine Stimme ist der ureigene Ruf, der Dich zu Dir selbst führt. Deine Zellen, im Einklang mit Deinem Sein, lässt Dich im Viva Maya, den idealen Raum, Dich im Einklang mit der Natur, neu zu erleben und neu zu erkunden. Durch Summen und Aktivieren Deiner Stimmbänder, ja sogar auch durch Singen und Sprechen, kannst Du Harmonie in Deinen Zellen und in Deinen Körper einladen. Du erreichst mit Deiner Stimme, die als Träger Deiner Absicht auf Deinen Körper heilsam wirkt, Mehr Körperbewusstsein Wenn Körperbewusstsein auf Selbstliebe trifft, wird jener Zustand erreicht, welcher in der Neurobiologie als kohärent bezeichnet wird, deren Resultat ist, dass die Selbstheilungskräfte aktiviert werden.